Das Hoffnungswort von Seelsorgenden aus der Region Priege. Guten Tag miteinander. Seit Urzeiten suchen sich Menschen Orte und Energie auf eine besondere Art Gott verehren. Mit dem Tempel in Jerusalem errichtet die Israeliten ihre symbolträchtigste Hüsse der Gegendwart, von ihrem Herrgott, dem Jachwe, und als Zeichen, dass alle Gläubige zusammenholt und dient. Ihnen haben sie das Christus nachgemacht. Der Kaiser Konstantin hat nach dem Ende der Christusverfolgung über den Gräbern von den Apostelfürsten Petrus und Paulus prächtige Basilika in Rom Labivo, der heutige Beterstum und die Kirche an St. Paul vor den Mauern. Ihr Schweihetag feiern wäre heute. Hier dagegen sind diese Kirche fast wie kleine Kapellen. Aber immer wenn wir in einer dieser Kirche sind, dürfen wir uns daran erinnern, dass wir selber Kirche sind. Überbüht, unsere lebendigen Steine oder, wie es der Apostel Paulus an den Korinther formuliert, der Tempel Gottes ist die Heilung und der seid ihr. Und diese Kirche ist doch weit grässer als je eine von Menschenhand gebühte Kirche. Die Bibel und diese konfrontiert sind einmal mit ungewöhnlichen Bildern. Im Buch von der Offenbarung müsste der Seher Johannes ein aufgeschlagenes Buch aufessen. Die Mahlzeit schmeckt zuerst süß, dann aber bitter. Diese symbolische Handlung, das soll zeigen, dass der Prophet die ganze Wahrheit verkünden muss. Und nicht nur das, was bei den Hörern gut angekommen könnte, sondern auch das, was ihnen aufstossen könnte. Das soll der Prediger verinnerlichen, bevor er die Weisungen vom Herrgott unverkürzt weitergibt. Jesus verkündet diese Wahrheit. Nachdem er den Tempel von dem gesäubert hat, muss er nicht reingekriegen. Der Evangelist Lukas berichtet sogar, Jesus habe danach im Tempel gelehrt und inno dann durch seine Gegenwart und sein Wort neu geweiht. Und das ist eine teutliche Botschaft. Nicht die Steine machen und die Tempel zum Haus Gottes, sondern der Bau aus lebendigen Steinen. Also aus den Menschen, die sich hier versammelt haben, die das Wort Gottes alles erdient und scheinbar geworden erfahren. Und der Heilig Augustinus hat das so formuliert. Das hier ist das Haus Gottes, in dem ihr zum Beten zusammenkommt, wo ihr an den göttlichen Feiern teilnehmt, wo ihr die Bitten zu Gott empor sendet und wo ihr die Sakramente feiert. Wollt ihr aber wirklich die Kirche aufbauen? Ihr seid das Haus Gottes. Liebe Hoffnungsträgerinnen, liebe Hoffnungsträger, liebe lebendige Bausteine von unserer Kirche, ich wünsche euch einen gottesreichsten Sagen und eine gute Zeit.